Ich will erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Übrigens, die Pilze sind nicht zum Essen, sondern die sind für meine Forschung. Was passiert hier? Und was denkst du über Reinkarnation? Ihr werdet mich nicht gelöhnt. Schluckender Hase, was hältst du eigentlich von psychoaktiven Pilzen? Ich halte nichts von dem lateinamerikanischen Klump. Ich komme mit den einheimischen, bayerischen Substanzen in die andere Welt. Schluckende Hase, was hältst du? Schnellt. 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 Schnellt.